Ich wollte nur wissen, wo du warst. Na los, erzähl schon. Hör auf, Bob, nur weil wir verheiratet sind, bin ich noch lange nicht dein Sklaven. Ich hab das Recht hinzugehen, wohin ich will. Ach ja? Ich finde, es kommt aber sehr darauf an, zu wem... Wow, love it! Das ist toll, das ist toll. Wenn euer Hotelzimmer euer Schlafzimmer ist und euer Wohnzimmer und euer Esszimmer.